Das Eigenheim ist für viele eine zentrale Investition in ihrem Leben und ein Ort voller Erinnerungen. Mit dem nahenden Ruhestand rücken Fragen nach der finanziellen Absicherung in den Vordergrund. Bei Pensionären sinkt das Einkommen, während die Kosten steigen. Daher ist es wichtig, die finanzielle Situation im Wohaus zu planen. Neben der Hypothek sollten auch die Nebenkosten für die Immobilie einkalkuliert werden. Der Verkauf des Eigenheims im Alter kann finanzielle Vorteile wie Liquidität, die Möglichkeit zur Rückzahlung von Schulden und Flexibilität beim Umzug in eine barrierefreie Wohnung bieten. Der Verkauf kann mit emotionalen Herausforderungen wie dem Verlust des vertrauten Wohnumfeldes sowie finanziellen Risiken wie einem ungünstigen Markt verbunden sein. Die Vermietung kann zusätzliche Einkünfte generieren, den Wert der Immobilie sichern und dem Eigentümer die Kontrolle über sein Eigentum bewahren. Vermieten kann zeitaufwendig sein, mit Mietausfällen und Beschädigungen durch Mieter verbunden sein. Die Entscheidung zwischen Verkauf und Vermietung einer Immobilie hängt von der persönlichen Situation, der finanziellen Lage und den steuerlichen Aspekten ab. In Anbetracht der jeweiligen Situation und der Tragweite der Entscheidung kann die Konsultation mit einem Experten von Vorteil sein. Property mit e-flexibel, transparent, risikofrei.